Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute kommen endlich die heißersehnten Urlaubsvideos noch von Februar. Denn ich war im Februar, also eigentlich fast den kompletten Februar, es waren zwar glaube ich nur zwei Wochen, aber es ist ja schon eigentlich so gut wie der komplette Februar, war ich mit meinen Eltern auf Schiffreise. Falls ihr es hämmern oder bohren im Hintergrund hört, es wird hier im Haus gerade gearbeitet und ja, ich wollte jetzt unbedingt endlich mal dieses Video drehen. So, lassen wir uns davon nicht stören. Also, ja, wir waren mit der AIDA unterwegs, mit der AIDA Diva, um genau zu sein. Und da haben wir eine Rundreise gemacht in der Karibik. Das heißt, wir haben sehr viele Städte gesehen in sehr kurzer Zeit und es sind so viele Eindrücke und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch alles zusammen bekomme. Ich versuche euch so gut es geht, alles zu zeigen und alles zu erzählen. Und deshalb fange ich einfach erstmal an. Wir sind von Berlin nach München geflogen, weil wir in München umsteigen mussten. Ich kann sagen, ja, ich war jetzt auch mal in München, aber gut, ich habe den Flughafen von innen gesehen. Wahnsinn! Ja, mehr kann man dazu auch nicht sagen. Naja, und ein bisschen natürlich von außen, aber mehr war es dann auch nicht. Ja, denn wir konnten keinen Direktflug nach Barbados nehmen, also sind wir von Berlin nach München geflogen und von München dann nach Barbados. Der Flug ging, glaube ich, gar nicht so lange, wie als ich damals nach New York geflogen bin. Ich glaube, da bin ich länger geflogen. Aber wir hatten, glaube ich, auch diesmal Rückenwind und so. Es war zwar voll die Verspätung und tralala, aber es war trotzdem total toll, als wir in Barbados ankamen. Es war richtig cool, wir wurden gleich mit Getränke empfangen und ja, am ersten Tag sind wir da eigentlich nur, haben uns alles angeguckt und ja, ich zeige euch ein bisschen vom Schiff, was wir halt so den ersten Tag so uns, weil wir haben uns den ersten Tag wirklich nur das komplette Schiff angeguckt. Das zeige ich euch jetzt. Ja. So let me catch you, so let me catch you, slippin' bys. Why do I get myself, why do I get myself, caught up in these lovely nights? Oh, why do I get myself, caught up in these lovely nights? Oh, why do I get myself, caught up in these lovely nights? Was I ever get myself, caught up in these lovely nights? Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das heißt, wir hätten uns sonst wahrscheinlich gar nichts angucken können in Barbados und ich war ganz froh, dann in dem Punkt, dass dann doch was weggefallen ist. Ich meine, natürlich ist es schade. Es ist übrigens was weggefallen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, aber letztes Jahr waren noch diese Stürme in der Karibik. Und dadurch sind einige Inseln leider komplett zerstört und deswegen hätte sich das dort gar nicht gelohnt, sich das anzugucken. Aber wie gesagt, ich fand es echt schön, dass wir einen kompletten Tag auf Barbados verbringen konnten. So, und ja, wir haben gefrühstückt, alles ganz cool und dann hatten wir auch schon unsere erste Tour. Und zwar war bei unserer Tour einmal enthalten, dass wir eine U-Boot-Tour hatten. Das heißt, wir sind mit dem U-Boot gefahren und konnten uns einiges dort angucken. Was man so unter Wasser so sieht, ich muss sagen, ich hatte schon bessere U-Boot-Touren. Also ich finde, bei der U-Boot-Tour hat man jetzt leider nicht ganz so viel gesehen, aber dafür ist es ja die Natur. Man kann ja die Fische nicht dazu zwingen oder irgendwelche andere Unterwasserlebewesen dazu zwingen, dass sie jetzt gerade mal rauskommen sollen. Dennoch war es trotzdem unglaublich schön. Vor allem haben wir unter anderem einen Schiffrack gesehen. Ja, also es war schon ganz cool. Oh, you don't have to try To take away your life I know this isn't easy And again You have me feel this way Go and steal away My heart In this world There's nothing I can do Because I'll be with you You're my life Can't see the world Without you Feel the love Holding my heart Without you Where am I now? When you're running in the world You have me feel this way You give or take away my heart You give or take away my heart You don't have to try You don't have to try To take away your life I know this isn't easy You're enough for me, boy Try to hide away, boy Affection and imperfection Is all I need from you, boy I know I'll be alright Because you're on the side Make it through it all My surprise Can't start the day Without you Feel the love Holding my heart Without you Where am I now? Ja, und dann haben wir wieder was zu trinken bekommen Als wir zurück an Land gefahren sind Es ist einfach toll Man bekommt da immer so viele Getränke Es ist immer schön Und dann haben wir noch so eine Art Zertifikat bekommen Und das fand ich auch sehr cool So, und danach sind wir noch zu einer Rum-Destillerie gefahren Da habe ich nichts mehr aufgenommen Es tut mir leid Aber wir sind in der Karibik noch zu so vielen verschiedenen Rum-Destillerien gefahren Also auf jeden Fall seht ihr noch im Laufe der Videos Seht ihr auf jeden Fall noch was Die Sache ist nämlich, die in der Karibik wird halt generell immer viel Rum angebaut Auf jeder Insel Jeder hat so seinen speziellen Rum Deswegen Hier war es jetzt glaube ich so Der berühmteste dort waren so die Der Mount Gay nannte der sich Mein Vater hat sich sogar dort auch eine Flasche gekauft Wir sind dann aber relativ früh von der Tour schon wieder zurück gewesen Das heißt, wir hatten noch eine Weile Zeit Und meine Eltern haben gesagt Jo, dann lass uns auch ans Strand fahren Und dann sind wir noch ans Strand gefahren Und haben dann ein bisschen am Strand abgechillt Ich war nicht komplett im Wasser, muss ich zugeben Aber ich bin da auch leider nicht so die Wasserratte Ich war nur so ein bisschen mit den Füßen drin Ich meine klar, es ist schon geil mal zu sagen Ich war im Karibischen Meer Ich meine dieses blaue Wasser und alles Ich bin da schon irgendwie so ein bisschen Wenn es zu kalt ist und so Ich bin da einfach ein bisschen mimosenmäßig drauf Sorry Aber ich habe es ja euch trotzdem gefilmt Many miles away from home Steps were difficult, I'm exhausted But I did not fall, I hope Something good is coming up Free like a bird but also boundless And my first steps on the ground I raise my head, listen to the sounds I'm happy with what I have found Just breathe 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und dann sind wir abends abgefahren und das war auch sehr cool. Das hat mein Vater aufgenommen, wie wir dann wieder losgefahren sind und das war eigentlich auch ganz cool. Am zweiten Tag sind wir in St. Lucia angekommen und das muss ich sagen war auch mega cool, denn unsere Tour war so gut. Wir sind mit einem Jeep gefahren und ich muss sagen, die Jeep Tour fand ich unglaublich cool. Ich muss auch sagen, von allem was wir gemacht haben, hat mir die Jeep Tour einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Unser Reiseleiter war auch übel cool, das war ein übel netter Typ. Er war einfach lustig drauf und wie gesagt, mir hat das mit diesem Jeep zu fahren einfach unglaublich Spaß gemacht. Auch wenn man so doch ein bisschen Angst hatte, weil die Straßen dort in St. Lucia sind jetzt nicht so, dass man sagt, oh die sind ja mega gut. Und eher im Gegenteil und man war dann immer so zwischendurch und vor allem, weiß ich nicht, es war nicht mehr so viel und dann ging da die Klippe runter und man dachte sich, ach du scheiße. Aber das war irgendwie mega cool. Ich glaube, dieser Adrenalinstoß, dieser Adrenalinschub, das hat mir so Spaß gemacht. Ich fand das so gut. Und da sind wir nämlich in einen Regenwald gefahren und da war es auch unglaublich schön. Er hat uns vieles erklärt, zu vielen Pflanzen, zu vielen Bäumen und so. Ich fand das unglaublich schön. Ach, das war einfach toll. Naja, wie es halt auch in Regenwäldern so ist, hat es dann natürlich auch geregnet. Wir mussten uns erstmal alle unterstellen. Er hat sich so ein riesiges Blatt abgerissen und sich da drunter gestellt. Er hat sich dann sogar mit meinem Vater das Blatt geteilt. Ich habe auch ein Bild gemacht, aber ich glaube, das findet mein Vater jetzt nicht so cool, wenn ich das bei euch einblende. Das ist auf jeden Fall mega lustig. Meine Mutter hat sich irgendwo runtergestellt, wo ganz viele Blätter waren. Mein Vater hatte mir nämlich seine Mütze gegeben. Und naja, aber es war schon cool. You waste time when you surround yourself with people who make you love. Don't know how to hold you when you lose your mind over the wrong things. How you love yourself, how you teach other to love you. You work on the street, say that everything will be your pain. Juga your pain, juga your sorrow. Juga your pain, juga your sorrow. Juga your pain, juga your sorrow. Juga your pain, j 빠 Qui Vielen Dank. Don't lose yourself Because you're somebody I hope that you say Don't leave me like I keep you You deserve someone who hugs you Until you forget what makes you sad Don't know how to tell me When you lose your mind over the wrong thing I hope you realize But you don't know how to say What on the street Say that everything will be your home 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 Da bin ich sogar etwas weiter reingegangen Bis zu den Hüften Es hat dann aber angefangen zu regnen Ja, eigentlich haben wir uns ja das so ausgesucht Weil ja dann eigentlich in der Karibik nicht mehr die Regenszeit ist Aber es hat im Laufe der 14 Tage auf mehreren Inseln öfter geregnet Die Regenzeit hat sich bei denen scheinbar so nach hinten verschoben Also es ist so wie bei uns Das Wetter macht was es will Und ja die Regenzeit hat sich also bei denen etwas nach hinten verschoben Das heißt wir hatten auf vielen Inseln öfter mal Regen Aber da ist es gar nicht so schlimm Weil es relativ schnell wieder vorbei ist Und es trocknet ja so unglaublich schnell Weil es ja trotzdem mega warm ist Und deswegen fand ich das gar nicht so schlimm Ja, also wie gesagt Das fand ich in St. Lucia unglaublich schön Und dann habe ich noch ein bisschen was gefilmt Wo ich bei uns auf dem Balkon stand Denn wir hatten eine Kabine mit Balkon Weil meine Mutter Raucherin ist Und mein Vater hat gesagt Er würde sich gerne morgens mit einem Kaffee Immer auf den Balkon setzen und so Und ja Und dann habe ich noch ein bisschen vom Balkon aus was aufgenommen Ich lass Ihnen mal kurz zu sprechen So ich schauze ных Dasselig Untertitelung des ZDF, 2020